Ich werde dich von der Karte holen. Ich denke, ich war nur ein Mäler, der sich nicht mehr verletzt hat. Was ist das denn? Du bist großartig. Nicht zu viel Weibungen! Ich habe diesen! Ich habe diesen! Das ist kräftig! Bitte, schau! Geh! Das wird schon funktionieren. Pam! Jetzt können wir mehr Schaden anrichten. Jetzt müssen wir schnell die Kombo raushauen. Gerade jetzt müssen wir mehr Schaden machen. So, jetzt. Zack, zack, zack! Egal! E-jooool! Kannst du das blockieren? Ja... Müsst du noch? Halt, halt! Wir haben ihn, übrigens! Ja... Was haben wir bekommen? Nepto hat einen Skill bekommen... ...nennen sich... ...Dual-Ege... ...und... ...Videospiel... ...und... ...Halt! Ein Itemskill... ...den Ex-Nept-Bull... ...der hight bisschen mehr, aber den können wir noch nicht einsetzen. Level up! Das Problem ist nur, ich kann ihn noch nie einsetzen. Und dann haben wir noch ein Fantasy-Tomb bekommen. Mal schauen, was das ist. Irgendwie ist dieser... so ernst dieser Fragment. Mal suchen. Genau. Ding-Dong! Isti ist irgendwo in diesem Welt. Sie ist einer der secreten, optionellen Charakter. Ah, schön. Die verschiedenen Fragmenten sind von Monsteren. Also die Grundlage ist wirklich, wer die Fragmenten geordert hat. Der Isti-Charakter muss auch etwas zu tun haben, Sauf die Welt, hm? Das könnte ein großer Fragmenten sein. Oh, aber du hast das. Oh, Ify, du bist völlig künstler. Wie kannst du dich so observant bei einer so tenderen Jahre alt? Das ist eine einfache Logik. Wenn das alles wahrnimmt, wenn es das zu Ihnen zwei wird es für alle Humanität schmerzen. Keine Wahl. Ich helfe dir. Du reintest, oder? Du brauchst jemanden mit dir, der zu viele verschiedene Lande braucht. Wolltest du nicht eigentlich... hier bleiben? Oder dich von uns wieder trennen? Aber wenn du meinst. Mir sollte egal sein. Wirklich? Dann bin ich sicher, dass ich dich in keinem Zeit zu sehen werde. Isti... die Bacillacom. Die Bacillacom. Ich glaube, sie haben eine gute Idee, wo sie spawnen. Ah, hier haben wir deinen spitzen Namen. Isti... Ify... So... Speaking of... What's the Bacillacom again? Ah, ja... Ich bin wahrscheinlich ein Amnesiak, also... ich brauche, dass ich mir etwas zu erklären muss, dass die Spieler zu verstehen. Ja... Ja... Das geht ja weiter. Es regnet viel Zeug von meiner Decke. Irgendwelche scheiß Krabbelfiecher sterben an der Decke, und dann fallen so weiter. Ja... So... Need you... To explain stuff... Naja... So ungefähr... Naja... Naja... So ungefähr... Naja... 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 So ungefähr... Naja... Sie hat ihre Hände auf dem Boden verloren und hat ihre Erinnerung verloren. Sorry for my delayed explanation. Hm... Stimmt, seid Amnesia. Ich bin nur spieler, wo die Leute Amnesia... Amnesia haben. Bacillacom sind heile Organisationen, die durch die, die die Götter serveben. Genau. Zwei Parten zu einem Bacillacom. Das Sanctuary, wo Götter sich umdrehen, und Parlament für politische Aktivitäten. Richtig... Hm... Woah, stop! Warum nicht die Leute am Bacillacom erklären? Wir gehen da auch. Wollen Sie sich über Monster fragen? Aber wir müssen das nicht tun, bis wir zu einem anderen Landmann gehen. Wollen wir auf dem Bacillacom zu gehen? Wollen wir auf dem Bacillacom zu gehen? Wir müssen da auch mit dem Bacillacom fahren. Wir müssen das nicht tun, wenn wir nach dem Bacillacom erreichen. Okay, naja, naja. Ich brauche ein Visum! Der Frankfurter Flughafen brauche ich ein Visum für! Jetzt müssen wir wieder hier... ...und eine neue Mission suchen! Aber das werde ich jetzt nicht mehr machen! Ich habe jetzt keinen Bock mehr! Deswegen... ...mache ich dann... ...das mache ich dann im nächsten Part... ...oder nächsten Aufnahmen! So, naja... ...save ich noch kurz... ...kurz, kurz saven! Ja, ich safe kurz! Ganz kurz! ...und kurz kurz! So, mach es mal... ...save mal... ...ja, ich... Am 13. habe ich übrigens das letzte Mal gespielt... ...vor 10 Tagen... ...und bin bis Level 11 gekommen! Bin auch quasi in einem anderen Gebiet schon... ...so... ...egal! Deswegen war eigentlich auch schon ein bisschen mehr darüber... ...weil ich schon eine ganze Weile gespielt habe... ...und wir... ...save mal... ...und... 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 ...sag ich mal... ...Tschüss! ...und wir sehen uns... ...irgendwo... ...irgendwie... ...irgendwie... ...irgendwo... ...irgendwann... ...wollen wir mal nicht anfangen zu singen hier! Tschüss!